Frau Nawidi, haben diese Unruhen auch wirtschaftliche Folgen? Selbstverständlich. Die Wirtschaft war ja sowieso schon angegriffen, schon vor Corona. Corona hat dann nochmal durch den Vollbremsung der Wirtschaft da einen Keil reingetrieben. Aber jetzt diese sozialen Unruhen legen nochmal die ganzen Missstände in den USA auf. Das könnte der Staat wahrscheinlich auch vorübergehen, verkraften, aber es ist keine Besserung in Sicht. Denn Donald Trump eskaliert die Lage immer weiter und die ganzen Menschen, die jetzt zurückgeblieben sind, ja mindestens über 40 Millionen und mal von den Minderheiten ganz abgesehen, es gibt keinen wirklichen Ausblick auf Besserung, wie für die Jobs geschaffen werden sollen. Wie soll die Wirtschaft also wieder in Gang kommen? Während bei uns Konjunkturpakete geschnürt werden, auch die Notenbank hier in Europa tätig geworden ist. Was ist gerade in den USA los und was wird das eben für die USA langfristig bedeuten? Ja, auch in den USA ist die Zentralbank in die Vollen gegangen und auch die Regierung hat großzügige Hilfspakete geschnürt. Aber diese Hilfspakete, diese finanziellen Hilfen können im Grunde genommen nur eine Brücke bieten. Es müssen strukturelle Maßnahmen her. Die Wirtschaft muss, wir haben ja auch noch die Digitalisierung, das kommt ja auch noch alles hinzu. Und da muss man eben schauen, wie man die Menschen wieder in Arbeit bringt. Aber da hat die Trump-Administration überhaupt keinen Plan. Und Trump, man sieht ja auch, er wird zunehmend unberechenbarer, weil er seine Fälle schwimmen sieht. Nicht nur ist die Wirtschaft eingebrochen. Jetzt muss er auch damit rechnen, dass der Markt abschmiert, den Markt, den er zum Gradmesser seines Erfolges gemacht hat. Und da kommt er zunehmend unter Druck. Und er wird sich mit aller Macht an der Macht festklammern und möglicherweise entweder die Wahlen aussetzen oder wenn er denn unterliegen soll, zu bewaffnetem Widerstand aufruhen. Bei seinen Anhängern, da hat er schon Dinge in der Hinsicht gesagt und getweetet. Aber schauen wir ruhig mal auf den Aktienmarkt. Bisher läuft es doch blendend. Die USA rechnen zwar mit einem Wirtschaftseinbruch von bis zu 30 Prozent bis Ende Juni. Die Börsen dagegen, der S&P 500, ist um 30 Prozent gestiegen. Ist das fundamental gerechtfertigt? Nein, da haben sich die Fundamentaldaten komplett abgedockt sozusagen. Aber das liegt in erster Linie an dieser Liquiditätsschwemme der Zentralbank. Und viele Unternehmenschefs, die ich kenne, sind auch ein bisschen, als ob sie sich das selbst eingeredet hätten, davon ausgegangen, dass das helfen kann. Aber jetzt eskaliert die Lage immer weiter. Und die Risiken, die wir sehen aufgrund der Corona-Krise und aufgrund der sozialen Unruhen, die befeuern sich gegenseitig. Und Trump tut das seine noch hinzu. Also ich sehe für die nächste Zeit, für die nächsten Monate erst mal schwarz. Es kann sein, dass die Wirtschaft ein bisschen kurzzeitig zurückkommt, weil ein gewisser Nachholbedarf auch besteht. Aber längerfristig wird sich das wieder auf sehr niedrigem Niveau einpendeln. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sandra Navidi war das. Danke.